Der FC Schalke 04 steht kurz vor dem Saisonauftrag, das war eine lange Vorbereitungszeit, weil man die Vorbereitung eben eine Woche verlängert hat, um den neuen Spieler stets möglichst auch zu integrieren. Das schiebt ja nicht gut, um zu gut zu haben, denn die Festspielergebnisse, die haben aufheuten lassen. Dementsprechend sind die Erwartungen im Verein und natürlich auch bei den eigenen Fans sehr, sehr groß. Sie wollen unbedingt eine richtig gute Saison absolvieren. Das hier ist der Tag, auf den sie alle hingearbeitet haben. Keiner weiß, wo er steht, aber in 90 Minuten weiß jeder mehr. Gut geklärt von Nastasic. Bekdemeck. Jetzt ist Übersicht gefragt. Jo. Babacar, gerade noch so den Fuß in die Tür bekommt. Stocker. Es geht über die rechte Seite. Zehander, die Pupabaka. Und er versucht. Mit Tempo nach vorne. Jo, guter Ball. Sauberer Vorstoß, aber innen Kudo. Richtig guter Lauf da auf der linken Seite. Ob dabei was rumkommt. Aber auch ein Bein. Nein. Duda. Der FC Schalke 04 hat noch immer keinen gefährlichen Schuss verzeichnen können. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. Und jetzt Tor für den FC Schalke 04. Schalke 04 geht hier in Front. Das schaltet er im Schmelzen. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon kundern, das ist ja abdeuerlich. After 28 Minuten ist... Number 98. ...ist ein hartes Stück Arbeit. Bei wem der wohl landet. Alanyaspor ist direkt wieder im Ballbesitz. Duda. Duda. Das sieht viel versprechend aus auf der rechten Seite. There will be one minute at a time. Toll gelöst. Jetzt könnte er flacken. Ein Fußballkünstler. Jetzt zieht er auf. Wer den Ball kontrolliert. Abnehmer hätte er. Und da ist der Pass. Und die Möglichkeit. Und beinahe in die Flasen in die Flüttung zu kommen. Duda. Wirkan Türe. Da werden sich die Teamkollegen ärgern. Babacar. Bekommt er den. Da steigt er hoch. Die Idee ist da. Der Plan ist okay. Aber sie müssen es beim nächsten Mal zu Ende spielen. Jetzt muss er flacken. Er springt hoch zum Kopfball. Die Abwehr steht. Starker Ball hält er drauf. Die haben ja hier richtige Wachhunde aufgestellt. Gilt ja als ein wenig unmodern, ist aber immer wieder probat. Diese gute alte Manndeckung. Und dann ist er weg. Der Ball. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Matija Nastasic gewinnt den Ball. Dreh auf der linken Seite richtig auf. Dreh auf der linken Seite richtig auf. Jetzt darf er vom Platz. Number 19. Mustafa Pektemak. Number 9. Substitution is taking place. Rekairo Zivkovic. Nein, da geht die Fahne hoch. Number 14. Korka sucht seine Offense weggepastet. Ers Tor muss in den 16er kommen und zwar schnell. Apfel in Richtung Tor. Ganz bisschen mehr Schiss. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er.